18. Ich habe kein Kannibalenfleisch gegessen. Ich auch nicht. Lass das Rope hoch, oder nicht? Dann müssen wir mal wieder schlafen. Und damit herzlich willkommen zurück bei The Forest in der Höhle mit Smitty, Woyle und Papillon. Hallo. Ins Bett. Ja, wir müssen ins Bett. Na gut. Tschüss. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Hier unten war jetzt nichts mehr, oder? Nee, hier war jetzt nichts mehr. Oder sichern? Hier hinten geht es doch noch. Oh, nee. Da sind wir daher. Wir sind vorher gekommen, ja. Das bestimmt wäre so ein elendes, langes Geklettering, oder? War ja Eintrag auf meiner To-Do-Liste hinzugefügt, hä? Ja. Wahrscheinlich drauf ist mal wieder was. Aber wo? Essen nicht vergessen. Ja. Ja. Ziel kommt langsam in Sicht. Ja gut, dass das Seil nicht so lange ist. Nicht so lange ist. Wir haben noch ein paar Abzweigungen natürlich verfasst hier, ne? Ja. Ja. Habe ich befürchtet. Natürlich. Ja, Nacht. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Lass mich raten. Neben dem Flugzeug? Nee. Oder ist das da hinten, das Flugzeugbrack? Nee, wenn wir das direkt neben uns sein. Wo sind wir denn hier gelandet? Ähm. Okay. Also, mein Magen ist irgendwie schlau. Oh. Ziemlich weit im Süden, oder wie? Richtig, aber wo ist jetzt unsere Base? Wollen wir erstmal ein Lagerfeuer hier herben bauen? Ein Fleisch grillen? Können wir machen. Wenn du was zum Grillen hast? Ja, ich habe Fleisch dabei. Äh. Glück. Ja, ich habe kein Fleisch. Ich habe ein olles Bein, habe ich. Ich kann euch immer noch Beeren anbieten. Irgendwas hat hier gerade... Bezischt. Bezischt oder geschnauft. Ja, ich habe da Fleisch, glaube ich, draufgepackt. So. Ich hätte nämlich Fleisch noch im Inventar hier. Mein Magen ist nämlich ganz gut. Irgendwie. Ich habe ja noch ein olles Bein hier für euch. Da kann man das auch essen. Ja, kannst du. Verlierst du allerdings ein bisschen Gesundheit, weil das nicht so lecker ist mit dem Menschenfleisch. Also unsere Base ist Richtung Nordosten. Ja, die Base sehen wir ja von hier. Warum sind das Bein jetzt schon fertig hier? Ich meine auch mal so als Orientierungspunkt, dass das Nordosten ist. Achso, okay. Da liegt noch was drin. Kann ich mich da bedienen? Ja, das ist schon wieder wer entdeckt hier mit einem Dunkeln. Wie denn das? Da. Nee, da sind Vögel. Ja, der Magen ist jetzt irgendwie zur Hälfte. Keine Ahnung. Ja, das reicht doch erstmal. Doch, da kommt der. Wir kriegen Besuch. Wo? Ach, da. Bei dir, Loki. Hallo? Hallo? Hinter euch. Zwei neue. Ihr haut ganz schön zu, überall. Wo ist denn der? Alter. Uah. Jetzt mal hin. Ich fasse das Lagerfeuer. Ich fasse das Lagerfeuer. Ich fasse das Lagerfeuer. Der Gute. Bin hier aber ganz schön angeschlagen. Aber ich glaube, ich kann mir hier noch... Ja. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ist das jetzt richtig hier? Ich vermute mal rechts. Das ist da, wo wir reingegangen sind auf der Karte. Sehr gut. Knochen. Knochen ist gut. Kennt ihr wer? Nee. Ich muss das Beinchen essen. Ach so. Man hört es, dass es nicht sonderlich gut schmeckt. Boah. So, ja. Wohin? Wo ist unsere Base? Da hinten, ne? Die rechte wahrscheinlich, ne? Oh. Schmeiß mir schnell mal ein bisschen Rüstung wieder über hier. Wo ich hier ganz ärmlich da stehe. So, hat einer am Weg schon ausgelotet? Ähm. Wo ich die Gitarre raushole hier am Lagerfeuer? Da hinten sehe ich schon wieder Licht. Ja. Leuchte. Wo wollen wir da hin? Dann holen wir die Gitarre raus. Dann warten wir noch, bis die Mutanten noch da sind. Wer? Stroh? Ich hab keine Maske auf. Wo kommt denn das Stroh hier hin? Trägt keiner von uns ne Maske. Da wollen wir jetzt hier rumstehen oder? Richtung Base gehen. Ja. Irgendwo Richtung Base gehen. Die rechte, denke ich mal, oder? Ähm. Da, wo das Hammer, das Hammer-Symbol vor ist, ja. Ah ja. Ja. Sammelt hier mal ein paar Blumen ein, hier leuchten überall rote Blumen. Ja, ich hab, ich bin voll mit den Dingern. Ja, ich kann sie auch nicht mehr nehmen. Hallo, ihr wär mal nett. Das wäre nett. Wir müssen uns hier durch den Wald schlagen, hier. Stocke dunkeln. Ist schon wieder so ein Ast hier. Mal so ne. Oh, hier ist so ein Kopf. Oh. Oh, Speer. Der Pilz war nicht gut. Hm. Du driftest ein bisschen ab. Robio. Ja, ich sehe euch. Ja, jetzt irgendwie falsch gelaufen. Ja. Also, diese Karte ist ja... ...furchtbar. Das ist wohl wahr. Jetzt... ...nicht so viel mit anfangen. Gesellschaft. Ja, ich höre. Ich hab eben auch schon was können wir angehört. Hier, äh, dann kommt hier auch für freie Fläche. Jo. Kämpft da schon wer? Ja. So. Oh, ist ja dramatisch hier. Fackel, Stock und Tuch einfach nur, ne? Ja. Jo. Guck mal. Nix da. Im Dunkelnheim nicht angreifen. Netzt aber gerne. Keule. Wir haben da ne Keule an. Hm, ich glaub ich auch. Naja. Ja, kann ich nicht mehr trauen. Oh, das ist diese Fackelheel. Der sieht mir ja nix an. Oh, oh, Vorsicht. Kann ich nicht, nicht geradeaus laufen, denn. Liegen mal ne Klippe runter. Aha, okay. Unten ist der See. So, hier sind wir bei der alten Base, ne? Ja, genau. Oh. Habt ihr ja gute gekriegt. So. Weiß nicht, wie es in der Höhle ist, aber draußen ist die Fackel nicht so doll. Weil mein Bildschirm ist Taghell, weil mein Bildschirm ist Taghell, aber die Umgebung ist Arsch-Dunkel. Na gut, jetzt im Wasser ist natürlich noch schlechter. Ja, auch unser Fluss. Ja, lass uns mal noch eine kleine Reise auf den Fluss machen. Jetzt, wo es gerade wieder Tag wird. Na, aber lass uns essen mit mir. Ja, 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 wir müssen noch mal kurz zur Base, glaube ich, ich hab auch nix mehr. Da wird nix. Oder hängt da noch was? Ein Hase hängt da. Oh, das ist ein bisschen wenig für alle. Wir hängen zwei Beine und zwei Hasen. Ops. Hast du noch ungefähr, wo das Aloe war? Wunderbar. Ähm. Ne, so richtig. Am Hasen hier. Irgendwo hier muss es sein, aber ich weiß nicht mehr genau, wo. In dem Gebiet hier. Was denn? Hallo, Ivera. Kann man Gesundheit... Ein Gesundheitsmix... Medizin drausbrauen. Ja, genau. Hier unten, die Söten habt ihr auch gebaut, da links? Hier. Nein. Nein. Ich geh mal eben nach oben zur Base, lad mal ein bisschen was ab und dann... hier, ich hab Aloe. Einer. Ich bin gefunden. Ich bleib mal da stehen, einfach. Man dauert auch mal, bis du wiederkommst. Ich hab schon Nasen... In dem Bereich, ja. Nasen hab ich geschossen, Leute. Geschossen? Das ist auch ein Reh, ne? Ja, mit einem Pfeil und Bogen, ne? Okay. Da bin ich ja... Soll ich denn die sonst jagen, oder? Äh, ne. Weil die Pfeilen... Meistens noch aufgestellt. Ja, mit Pfeil und Bogen ist auch nicht schlecht. Hab ich nur nicht hingekriegt. Nee. Das war mir auch immer zu schnell. Ich mach mich ganz schön... Äh. Ich hab mir gerade ein Stück Fleisch runtergenommen. Ich hab mir auch alles weggenommen, ja. Ach so. Okay. Nee, getrocknetes Fleisch. Hast du jetzt wirklich alles? Was willst du denn mit dem ganzen Fleisch? Ich bin jetzt hier mit dir unterwegs jemand irgendwie rum, was er Hunger hat und nix mehr hat. Ja, aber ein bisschen was müssen wir noch hier lassen, ne? Och. Ach gut, dann nicht. Wunderbar. Ne Hexe gekriegt. Außer hier ist er noch voll. Ja. Was soll ich mit den Köppen hier machen, ey? Köppe, die kannst du hinschmeißen. Ich glaube, die brauchen wir nicht so wirklich. Ne, dann kannst du ja einen Trophäenraum einrichten. Oh, Alkohol. Schön viel. Den lass ich erstmal hier. Bei Echsen schon mit Pfeil und Bogen geschossen. Oh, die Echsenhaut kannst du auch anziehen als Rüstung, ne? Jo. Okay. Ja. Haben wir alles, wa? Würde ich sagen, haben wir alles. Grillen können wir auf dem Floß unterwegs. Sehr gut. Ja? Oder trocknen. Ja, ja. Hier, das Rehchen. Lass uns das noch mitnehmen. Da ist doch schön was dran. Oh, hier ist nochmal Aloe Vera. Sekunde. Nehme ich sehr gerne mit. Bist nicht auch. Unten immer noch. So auf dem hier. Ah ja, da. Wo ich stehe, direkt vor mir. Noch eins. Und hier ist noch eins. Was? Ah stimmt, hier siehst du echt schlecht. Und hier ist noch eins. Ja, wo du siehst du echt kaum. Ja, sehr gut. Hier ist noch eins. Das wäre ein Traum hier. Ja, drei hätte ich auch gefunden. Hier noch eins. Ah ja, hier ist auch noch eins. Ah ja. Okay, das kommt hier mal richtig. Ach, ist es da? Hier noch mal. Hier auch? Nö. Also ich kann keiner Salamander mehr aufnehmen. Dann hast du es vielleicht schon gesammelt. Ja, ich habe hier aber auch nichts. Wo war hier? War hier noch eins? Ne. Ah, reicht ja erstmal. Gut. So, dann. Auf, zu los. Oh, ich kann schon keine Bären mehr sammeln. Wie fest? Ich lege schon mal hier so ein Viecher auf den Grill, ne? Beziehungsweise am trockenen Weg, ja. Ja, ja, auf den Grill. Das ist dann weg. Irgendwann mal das Fleisch, wenn es verbrutzelt ist. Eins muss ich essen. Äh. D. Ich bin ein bisschen schicko hier auch sammeln, der hat mir eben ja jeweils Leben gerettet. Kann ich schon gar nicht mehr trauen. Wollen wir noch so ein Ding, wo man Dinger dran hängen kann? Nein. Äh, vier haben wir. Ich hatte nochmal eins gebaut. Das hängt neben dem... Seiten... Neben dem einen Seitenausgang steht das. Wir sind nur auf dem Floß. Auf dem Floß. Äh, seid ihr schon am Floß? Ja. Ich finde nicht hin. Ich sehe eure Namen auch nicht. Am Tag manchmal ein bisschen schwierig, da die weißen Nahtischung. Na gut, ich habe diese Echsen, die ich alle gejagt habe, alle aufgegangen, ja? Sehr gut. Eigentlich kannst du ja auch was grillen. Erstmal, wenn du was brauchst zum Essen. Nee, ich habe einen Hasen schon gefressen, ja. Einen Hasen habe ich wieder aufgegangen und drei Echsen. Ah, die Beine, die sehen ja schon... Oh, ich weiß nicht. Lecker, ne? Krampfadern hatte der, ey. Gibst du, du möchtest gerne in diese leckere Wade beißen. Oh, und wie, ey. Boah. Jetzt habe ich die ganze Zeit Krampfadern vorm Auge. Smitty, du müsstest, glaube ich, wir müssen ja in die andere Richtung. Irgendwie schreit da schon wieder. Los, Paddel. Wir dürfen uns ja auf dem Floß eigentlich in Ruhe lassen. Mal ein bisschen hier, dass die Gegend erkunden, soweit es geht. Ich hoffe... Oh, jetzt haben wir, glaube ich, über den Stein gebügelt. Jo. Kannst du gehen. Haie soll man ja auch töten können, ne? Oder hier gibt es auch Haie, ne? Nimmst du das eigentlich auch? Ja. Ja. Natürlich. Was passiert? Ja, nein, ne? Erste Floßfahrt. Müsste, könnte allerdings auch gleich mal einer an meinen Ruder übernehmen. Dann würde ich ein bisschen mehr sehen. Soll ich mal machen? Ja. Hilfe. Was muss ich jetzt machen? Man über Bord. Mal nix. Nix machen. Jo. Man kommt nur an einer Seite aufs Floß, ne? Sehe ich gerade. Also hier vorne kommt man noch von der Felder drauf. Ich muss ein paar Mal springen. Das klar, kann weitergehen. Nichts machen, Moment. Warte, bitte. Achso. Damit ich drehen kann. Aber jetzt können wir wieder weiter. Cool. Hier habe ich einen schönen Ausblick. Du darfst natürlich nicht aufhören zu paddeln, ne? Sonst drehen wir uns im Kreis. Ja, du. Ich mache die ganze Zeit nur, dann fahren wir hier gegen. So. Ja, jetzt wird's so. Hier links rum müssen wir. Vorrangig. Ja, du musst auch mal in den Paddel hauen hier. Laufen sie schon wieder? Jo. Ich weiß nicht, ob das Floß auch über Land fahren kann. Jetzt hat das geschafft. Ja, los, René. Smiddy, Smiddy. Ja, wir hängen fest. Mayday, mayday. Oh, jetzt wird's ganz wild hier. War ja eine lange Floßfahrt. Ich bestelle da schon mal ein neues. Hier habe ich das Gefühl. Nee. Ja, es bringt nichts. Wenn ich mache, geht's in die andere Richtung. Deswegen brauche ich nicht gar nicht losbuddeln. Wir sind wieder in uns im Kreis. Sag doch, wir hängen fest. Ja. Das war's. Sag mal gut, dass da ungefähr zehn Leute gerade angelaufen kommen. Ja. Wo? Ach, da oben. Sie galoppieren vorbei. Sie galoppieren vorbei. So, naja dann. Also sind die... ...irgendwie wegstoßen hier. Ja, rein theoretisch, oder? Ja. Einmalig feinstens ausgerüstet. Ja. Da tut sich gar nichts, ne? Wenn du da ruht hast. Nee. Irgendwie leider nicht. Gut, was haben wir denn? Ja, aber es ist da die andere Richtung. Dann kriegt man ja auch nicht irgendwie weg, oder? Ja, gut, vielleicht. Dann kriegt man ja auch nicht irgendwie weg, oder? Ich glaube. Ja, jetzt hat er's gleich. Ich glaube auch. Ah, das ist zu breit. Da hinten hängt das. Das Flussproblem. Da haben wir hier eine Flussbrücke. Ja, blöd, dass man keinen Rückwärtsgang hat. Ja, genau. Das ist es. Oh, jetzt hat er's frei, ja. Hat man doch einen Rückwärtsgang? Soll er so aussehen? Ich glaube, ja. Ja, okay, doch. Ja. Und zurück. Dann machen wir hier die andere Seite eine. Oh, hier. Hatten wir schon ein Eichhörnchen zu essen? Ne, ich glaube nicht. Musst du mal die andere Richtung probieren, also. Ja. Mit der linken Maus, da geht's vorwärts, mit der rechten rückwärts, deswegen. Ah, okay. So, und du jetzt mal vorwärts? Ja, eben. Richtig, jetzt haben wir's. Wunderbar. Doch kein neues. Jetzt kein neues Fluss. Müssen wir nur absprechen, wenn wir gleichzeitig rudern müssen, weil sonst wird das nix. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier die schmale Stelle da durchkommen. Unserem riesen Fluss. Muss ich aufhören, oder muss ich rudern? Rudern, rudern. So. Einfach drüberheizen, über den Stein jetzt hoff ich. Ne, geht natürlich nicht. Ne, über den kleinen, ernsthaft, jetzt nicht. Was ist das für ein Scheiß? Guck, da glitschen wir uns rüber hier. Jetzt haben wir aufgesetzt, glaube ich. Mach du mal rückwärts, geh mal vorwärts. So weit weg waren wir von der Base noch nicht. Aber wenn wir uns hier mit dieser Flusssteuerung ein bisschen besser eingearbeitet haben. Das sieht sehr geil aus. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber wir üben noch ein bisschen. Oder Mann? Hilfe. Der knurrt irgendwer. Ach, der läuft schon wieder weg. Gut, dann machen wir hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.